Sie sind überhaupt nicht gleich nach Hause gegangen. Ich will Ihnen mal sagen, was Sie gemacht haben. In diesem Bereich hat sich der Pfotter mit Herrn Neumann abgespielt. Richtig, hier ist der Aufzug. Und als Sie die Security bemerkt haben, und übrigens aus dem Blickfeld der Überwachungsverfahrens verschwinden wollen, sind Sie zusammen mit Ihrem Kumpel hinten zum Hintereingang des Aufzuges, sind ins Untergeschoss gefahren, hier im Untergeschoss rübergelaufen, um die Seite des Bahnsteiges zu wechseln, auf die andere Seite des Bahnsteiges hier wieder rüber, und genau an dieser Treppe haben Sie Herrn Neumann abgetan, und Sie haben Ihre Wucht durchgemacht, und Herr Neumann eisthalb von hier ins Holz getreten, sodass er die Treppe runtergestürzt ist. Ich weiß nicht, das stimmt gar nicht. Wir dachten, dass der gleiche Worte nach Haus 1, was mir aufgefallen ist, dass Sie noch bei der Unterfügung durchwischt an. Setzt sich um die Pfotterung, die Sie da übrigens gesehen haben wollen, können Sie beschreiben, oder können Sie die erkennen? Ja, ich war schon zu weit weg, nee. Aber Beschreibung? Das war so ein Kerl, 1,80, wo ich bin, sahen, aber das weiß ich nicht. Also die ganze Zeit, das ist schon fertig. Ja, aber auch noch viel, weil danke. Ja, Herr Karten, neuer Staat, war zwar ein Liebeschreibungsplatz auf ungefähr, 90 Prozent der Männerzug, mit dem die wir anschauen, und der Kumpel, ich bin es, ich gebe zu. Ja, ich bin es, ich gebe zu. So eine Waagebeschreibung, damit können wir nichts aufgehoben. Und außerdem, wenn Sie sagen, Sie haben da jemanden im Gebüsch gesehen, der sich da versteckt hat, dann wäre es doch nur die logische Konsequenz, dann Sie mal nachschauen, was da los ist. Ich meine, das Zertifikate-Bio, das interessiert es auch nicht, mit dem da ein paar Dähnchen reden, weil es erzählt, was ich so fühle. Und das ist, was ich meine, doch. Ich kann sie verstehen. Das schämt sich. Komm, ich werde dich jetzt lernen, wenn du nicht bei uns, bei uns, bei uns. Aber ich meine, wenn meine Schwester, oder meine Tochter, da ein Hornus-Demo, das geht von mir in der Familie, so fällige Schlampen, ich schnauze mal, was willst du? Jetzt reicht es aber, wirklich, sie den Platz, es hat die dritte Beschussgebende Zeug, wird ein weiteres Autofen-Kleppen-Einbruch und das hat so ein Teil der Glaubensschaft. Was? Was ist das nicht Ihr Ernst, oder? Warum denn die Tür? Hey, sie hat die Dame da hinten, wenn die Einfluss-Demo-Demo-Demo-Demo-Demo-Demo-Demo-Demo.